Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Grounded. Ja, ich stehe jetzt hier immer noch am Eingangsbereich vom Nebellabor. Ich denke, wir sollten jetzt mal weiter. Ach du Scheiße. Oh nein. Wow. Warte mal, da habe ich jetzt was mit Axt gesehen. Da ist eine rohe Wissenschaft. Ah, die explodiert wieder. Oh mein Gott, was ist das denn? Ah, okay, okay, ich verstehe. So läuft das. Man muss die kaputt machen. Aber erst mal ein bisschen die explodieren, ne? Aha. Aha. Okay, okay, okay. Ich habe es verstanden. Welches ist jetzt explodiert, das hier? Nee, du bist nicht explodiert, ne? Ah! Nee, was? Aua. Oh Scheiße, ey. Mann, stirbt ja schon bevor überhaupt... Boah, ist das übel. So. Da haben wir noch eins, ne? Hey! Scheiße. Vielleicht muss ich auf die andere Seite. Au! Boah, jetzt hat mich das aber ganz schön reingerissen, ey. So, ich habe es. Ach, Gott sei Dank. Ach, so läuft das. Ah! Ah! Ach, da oben ist auch noch eins. Mann, oh. Das ist voll unfair. Oh Gott. Oh Gott. Also, Leute, ähm, lasst euch gesagt sein, nehmt genug Heilung mit. Verdammt, ey. Ach so, die kann ich auch sammeln. Warum sagt mir das denn keiner? Habe ich gar nicht gesehen. Ne, die kann ich nicht aufnehmen, ne? So. Muss ich die analysieren? Pilzauswuchs. Ach so. Das sind auch die Auswüchse. Ah ja, okay. Ah, das hat er die nicht automatisch mit einsammelt, ne? Na, ah! Explodier. Damit ich dich töten kann. So. Habe ich jetzt hier alles gecleant? Oh, 500 pure Wissenschaft. Sehr schön. Jetzt habe ich 13 Pilzauswuchse. Sehr schön. Die brauche ich hier auch, ne? Um weitere Bomben herstellen zu können. So, jetzt bin ich aber hier fertig, oder? Gibt es hier sonst noch irgendwas? Und ich bin so gut wie tot. So gut wie tot. Nimm dir mal einen Verband. Nimm dir auch nochmal ein zweites. Okay, so. Meine Rüstung ist auch fast hinüber. Ach du Scheiße, ey. Hier sind ein paar Müsli-Riegel. Ah, okay. Ich habe jetzt irgendeine Tür geöffnet. Wow. Ich sage ja, wie werden beobachtet. Wartet mal. Ich werde mal kurz die Ansicht wechseln. Ja. Alles klar. So, dann heißt es ja jetzt wahrscheinlich, dass ich da hinten hin muss, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da, wo diese infizierten Rüstler sind hier. Gut, aber ich werde nochmal speichern. Boah, ist das bitter. Das ist so bitter. Ah, okay. Ah. Okay, ich habe einen getötet. Oh, Scheiße. Der hat mich jetzt getroffen. Egal. Ich habe aber drei von fünf wenigstens. Okay. Das ist doch schon mal ein Fortschritt. Puh. Ich höre noch einen. Ich sehe nur keinen. So, schnell. Gut, mach. Nein, das ist die falsche Hacke. Oh, ich muss da schon wieder meine Axt nehmen. Ja, ja, ja. Alles klar. Genau. Ach so, du bist schon tot. Verdammt. Ich weiß gar nicht, ob ich so viel überhaupt mitnehmen sollte. So. Kannst du da auch mal bitte explodieren? Danke. Okay, wenn man weiß, wie es funktioniert, ne? Bin ich schon voll? Nee. Komm, das werde ich mal hier verschrotten. Ich denke, die brauche ich nicht. Dann nehme ich mal lieber ein paar Pilzausgüste mit. Okay. Okay. Hier ist Wasser, ne? Ah, okay. Okay. Kein Problem, kein Problem. Ich habe ja meine Laterne dabei. Puh. Dann lass uns mal lostauchen. Gehen wir mal hier rein. Ach so, ja. Das war es jetzt mit der Laterne, ne? Okay. Oh, hier haben wir eine Notiz. Ergebnisse der Phase 3. Äh, explosiv. Die Mutation in Phase 3 schreit mit einer Geschwindigkeit voran, die ich nicht einmal ansatzweise beziffern kann. Und sie haben die lokale Fauna befallen. Ich kann mein Bedauern kaum in Worte fassen, dass ich für diese armen Wesen empfinde, die zu freezing und explodierenden Monstern mutiert sind. Versuche, die Veränderung in den seltsamen Sporen umzukehren oder zu verlangsamen bleiben ohne Erfolg. Ich habe Börgel damit beauftragt, ein Auge auf alles zu halten und Schutzmaßnahmen zu treffen, um die Sicherheit des Labors zu gewährleisten. So schrecklich die Situation auch sein mag. Ich bin mir doch jetzt sicher, dass pure Wissenschaft als Katalysator für Wachstum und Veränderung dient. höre ich da einen Marienkäfer. Vor allem, ich habe Durst. Oh, scheiße, ey. Ich habe mal einen neuen Speicherplatz. Habe ich jetzt gespeichert? Wartet mal, nochmal. Speichern. Ach, okay. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Oh. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße. Das ist unfair. Okay. Au. Oh, verdammt. Wartet mal. Ah, der Snack, der Snack kalt auch. Okay. Oh, nice. Scheiße, was mache ich denn jetzt? Hey, wo ist da mein Bogen? Ich will meinen Bogen haben. Okay, den habe ich. Ey, meine Rüstung ist so gut wie ein Arsch, ne? Oh, ich bin krass. Ja, dann machen wir das halt ein auf diesen. Kenn ich nix. Okay, Nummer eins ist schon tot. Au. Okay, den hätten wir auch. Was, was? Ach, das war hier so ein... Du schießt doch. Ah! Hier sind ja noch viel mehr. Ah! 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 Oh mein Gott! Kann es mal sein, dass ich richtig in der Tinte sitze? Ah! Au! Reicht jetzt! So! Meine Fresse. Die sind da richtig übel drauf. Ich muss mich erst mal ein bisschen heilen, glaube ich. So, die Pfeile, die sind da. Okay. Scheiße, ey. Meine Rüstung. Oh Gott. So, ich habe noch Riegel, dann nehme ich die auch nochmal. Oh Gott, ob ich das jemals hier schaffe. Ich wage es zu bezweifeln. So, ich hoffe, es sind jetzt nicht mehr so viele da, so viele kleinen Biestern. Ah, die spawnen doch hoffentlich nicht, oder? Kann es mal sein, dass ich hier nicht so viel rennen kann? Aua! Was wirft denn der? Da wirft doch noch die Eier. Oh, ist das eine Ratte? Wo ist denn der Marienkäfer jetzt? Hat er sich selber in die Luft gesprengt? Oha! Da ist er! Ja, ja, bleib ruhig da, du Ratte. Dich kriege ich schon noch. Irgendwann. Ein bisschen Lehm habe ich, ja. Und Pfeile. Alter, was hat er denn für eine Reichweite? Die Sau. Oh, meine Rüstung ist so hinüber. Tschüss! Ah, ich glaube, so kann man es schaffen. Oh mein Gott! Der ist gleich tot. Gleich... Ah! Ich aber auch! Scheiße! Ich habe ihn! Oh Gott! Trüffel... Rüffel... Rüffel... Okay. Trüffel-Rüffel. Das ist ja auch nicht verkehrt. Achso, ich kann ihn nicht looten. Das ist aber jetzt unfair. So, ich... Ich muss meine Axt wieder rausholen. Gottes Willen! Oh, da sind wieder... Okay, ich will da nicht hin. Ich will erstmal meine Pfeile haben, bitte. Ah! Ich muss nur aufpassen, ich darf jetzt nicht sterben, ne? Das ist jetzt echt fatal hier. Und ich habe nichts mehr zum Heilen. Ah... Da an der Tür muss ich noch auf jeden Fall zerstören. Meine ganze Marienkäferrüstung ist im Arsch. Oh Gott, wie soll ich denn hier jeweils wieder rauskommen? Komm, explodiere. Kann ich das nicht vielleicht mit einem Pfeil abschießen? Nee. Natürlich nicht. Na, komm! Dankeschön. Okay, hab's. Wuh! Achso, zum Benutzen halten. Machen wir doch. Gott, geht das langsam. Oh nein! Ach, ehrlich! So, ein bisschen ausweichen, dann klappt das schon. Hoffe ich. Ich treib ihn aber nicht. Jetzt. Okay, jetzt ist alles kaputt. Meine Güte, ey. Ich muss jetzt meine ganzen Rüsten dran glauben. Und ich auch. Ich habe kein Leben mehr, ey. Oh, noch mehr? Ach, da, in der Ecke. Scheiße. War's das jetzt mal langsam? Ey, ich bin so im Arsch. Hat das schon nochmal einer von euch erwähnt? Ich bin so im Arsch. Ich bin so im Arsch. Ah! Aua! Äh, hä. Ich nehme jetzt mal den Hack. Den... Scheiße. Ich habe kaum noch Lehm. Oh mein Gott. Okay, pass mal auf. Ich werde mal speichern. Ich wüsste nur gern, ob... Ich wüsste nur gern, ob es hier noch andere Sachen gibt, wisst ihr? Habe ich den getroffen? Ist der tot? Ja, der ist tot. Okay. Gut, ich lade jetzt nochmal neu. Ich habe ja den Burgership. Scheiß, was drauf, ich gehe jetzt raus. Ich habe kein Lehm mehr. Oh Gott. Und eine Ausrüstung habe ich auch nicht mehr. Es läuft ja alles tutti. So, ich gehe jetzt raus. Leck mich am Arsch. Ähm. Entschuldigung für die Ausdrucksweise, aber... Was ist denn jetzt los? Achso, ist doch auf. Hallo, geht da weg. Fanny, raus jetzt. So, meine Maske habe ich aber noch... Ne, habe ich nicht auf. Super! Dass ich total geschützt bin. Genial, würde ich sagen. Oh nein. Wartet mal. Ich kann schlafen, ne? Dann mache ich es auch mal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, jetzt einfach nur weg hier. Nein, nicht da reinfallen. Einfach aus... Oh, da ist noch eine Science. Nehme ich mir gleich mit. Sehr schön. Nein, lass mich in Ruhe. Ich habe kein Leben mehr. Ich habe doch kein Leben mehr. Boah. Nein, nicht... Oh Gott, das ist Marienkäfer. Lass mich in Ruhe. Kann ich jetzt mal bitte hier irgendwie auf die andere Seite? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, wartet mal. Ich muss unbedingt was trinken. Scheiße, scheiße, scheiße. Ja, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich will einfach nur nach Hause. Aber irgendwie komme ich hier nicht nach Hause. Warum steht denn eigentlich jetzt mein Name da? Was hat mich denn da gedrückt? Ich will einfach nur aus diesem Scheißgebiet raus. Ach komm, lass mich alle in Ruhe. Ah! Lass mich doch alle in Ruhe. Ich habe euch doch nichts getut. Oh Mann. Hier ist der Rechen. Oh Mann. Ey, ich komme hier niemals raus. Warum steht denn jetzt mein Name da? Das gefällt mir nicht. Oh, bin ich jetzt endlich raus? Ja, danke. Danke, danke, danke. Schnell nach Hause. Also das nervt mich jetzt irgendwie, dass hier mein Name steht. Ich weiß nicht warum. Hallo, Maureen Käfer. Schön, dich zu sehen. Schön, dich zu sehen. Im Nebellabor habe ich garantiert 100 Sachen vergessen. Aber ich habe den Burger Ship. Und darauf kommt es erstmal an. Das war das, was ich wollte. Alles andere kann noch nach und nach gemacht werden. Oh Gott. Jetzt muss ich auch erstmal gucken, dass ich meine Marienkäferrüstung wieder repariere. Ach komm, haut ab. Ich habe kein Leben mehr. Hier soll mich alle in Ruhe lassen. Mein Gott, was war das für eine Folge. Unfassbar. Aber ich bin stolz auf mich. Ich habe es geschafft. Ich habe diesen schönen Chip. Jetzt kann ich bestimmt den Ofen mir kaufen. Den Schmelzofen. Ich baue jetzt nichts ab. Ich will jetzt einfach nur nach Hause. Ja. Guckt euch mal mein Leben an. Ganz, ganz böse. Ganz böse. Oh nein. Ich hoffe, die geht jetzt nach Hause. Die Wolfsspinne macht gerade einen Spaziergang. Durch die Balachai. Okay, meine Laterne ist aufgebraucht. Ist aber nicht schlimm. Oh, ich bin da, Leute. Ich bin da. Respawnpunkt definitiv wieder hierher setzen. Erinnert mich daran, wenn ich da angekommen bin. Es sind nur noch 113 Zentimeter. Nicht mehr weit. Also die verseuchte Gegend ist absolut ein Albtraum. Also für mich. Andere kriegen es bestimmt besser hin. Aber ich bin ja nicht andere. Ich bin ja die Fanny. Ah, so, ich bin daheim. Ja. Ich habe schon Paranoia. So, ich brauche jetzt unbedingt irgendwie Heilung oder sowas. Wartet mal. Faserverbände. Komm. Ich stelle jetzt ganz viel her. So. Und dann stell dir mal noch ein paar Smoothies her, wenn du kannst. Du kannst. So, dann lass es dir schmecken. Okay. So, dann ist mal eins. Oh ja. Das geht ganz schön runter. Aber egal. Ich habe ja hier Wasser. So, und warum habe ich jetzt verdammt nochmal meinen Namen da stehen? Wartet mal. Habe ich hier irgendwas gedrückt? Option vielleicht? Anzeige? Aber eigentlich habe ich doch hier gar nicht gedingst. Das ist doch die Spieldetanz. Das hat doch nichts mit der. Oder habe ich irgendwas. Irgendwas in dem Fotomodus gemacht? Ich gucke mal ganz kurz. Tut mir leid, meine Lieben. Wobei, wobei, ich kümmere mich drum, wenn ich die Aufnahme beendet habe. Meine Lieben, ich danke euch viel, vielmals fürs Zusehen. Für mich war die Folge absolut nervenaufreibend und spannend. Ich hoffe für euch auch ein wenig. Und in der nächsten Folge gehen wir auf jeden Fall den Burgership ab. Ich habe auch schon infizierte Rüssekäfer, drei von fünf. Super, super. Also von daher ist es ganz gut gelaufen. Auch wenn ich fast gestorben wäre. Aber ein Funzenleben hatte ich ja noch. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bye.